Was geht, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute machen wir einen Finde den Ausweg, Freunde. Ganz neues Format. Eigentlich sind es Escape Rooms, aber auf mein Bautim-Style. Gebaut von Jan, Chokyze. Achso, bevor das Video losgeht, Freunde. Dieses Wahrheit oder Pflicht. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir das als Format machen sollen. Nur, zum Beispiel nur Odemann und ich machen das. Und bei 5000 oder sagen wir 6000 Likes macht Odemann auch eine Folge davon, Freunde. Und ich würde sagen, mit dabei ist der liebe Vignasi. Du hast Mundi. Geh dein Maul waschen. Weißt du, woran du merkst, dass ich fett bin? Ja, an deiner Stimme, weil dein Fett ist schon in deinem Hals. Ich hab Vorrat mitgenommen. Guck, in meinen Rucksack. Joghurt. Äh, Digga, das sieht super eklig aus, was da drin ist. Ah, Digga, das sieht so aus, als ob du Forti gekillt hast. Guck doch mal, sein Arm hängt raus. Oh mein Gott. Bald Odemanns Nummer auf YouTube. Odemann hat seinen Bruder erledigt einfach, Digga. Tschüss. Ich wusste, dass sie sich mögen, aber so krass. Ja, aber morgen werden wir einfach alleine machen, Bruder. Ja, komm, Digga, ich will schon Mörder spielen allein. Okay, okay. Und man ist schon wieder Mörder. Guck jetzt, guck jetzt. Odemann, wir haben ja immer battled, welches Bautheam heftiger ist. Er weiß aber eigentlich, dass meins besser ist. Guckt euch das an. Support the Creator, André YT, auf an den Brücken, Freunde. Jan und Fauler Lix. Ah, Fauler Lix hat mitgebaut. Und abonniert gerne den Kanal. Wir sind auf dem Weg zu den 3 Milliarden Abonnenten. Gib ihm. Oh, wir müssen tanzen. Also sagst du, wir machen mal ein Battle-André-Bautin gegen Oderman-Bautin oder was? Kommt, ich bin dabei, Digga. Hä? Let's go. Let's go. Achso, wir sollen tanzen, ne? Äh. Ah, okay. Hi, was geht? Okay. Easy to fight out. Ich erklär das kurz. Versuch dabei nicht, den Ausweg zu finden. Hier haben wir zum Beispiel einen Escape-Room, Freunde. Wir müssen den Ausweg finden. Wer schneller ist, kriegt am meisten Münzen und kann sich da im Fight dann bessere Waffen kaufen. Wir haben vier Escape-Rooms und ich zeig euch das mal. Hinter euch seht ihr Knöpfe. Ich hoffe, ihr habt euch euer Team gemerkt. Man kann sich hier Tipps kaufen. Zum Beispiel Stärke 1 kostet dann nur 15 Münzen, Stärke 2 20 und 25. Wir haben aber nur 15 am Anfang, glaube ich. Bitte sag. Ja, das ist richtig. Wo ist mein Inventar? Da, wir haben nur 15 Münzen, Freunde. Ey, Jungs, tut mir fünf ab, hallo. Ich will meinen... Hast du schon gekauft? Ey, hast du geschlafen? Hört mal auf jetzt, wir haben nur fünf Leben. Okay, Team 3. Ich hab nicht gekauft. Am Rande des Raumes. Ich hab nicht gekauft. Hast du gekauft? Warum sag ich das? Oh mein Gott. Am Rande des... Oh mein Gott, ich bin nicht behindert. Oh mein Gott, er zeigt uns sogar wohin. Er zeigt uns echt wohin, Digga. Er zeigt uns echt wohin. Also, wenn es jetzt wirklich hier ist, Bruder... Ich hab nicht geboren. Okay, ich auch nicht. Er hat euch mies verarscht, Digga. Digga, ohne normal. Ich wollte gerade... Freunde, ich hab gerade ohne normal Angst bekommen, so ein bisschen. Ja? Hat der mich verarscht? Hat der? Ja, hat der. Laber nicht. Ich hab's gefunden. Wo, Junge? Ich hab's gefunden, ich sag's. Digga, ich kriege gerade Schwitzanfall, weil ich habe Angst, es kann 10 Minuten kriegen. Hey, ich such. Okay, ich muss jetzt suchen. Darf ich meine Münzen schon mal nehmen? Hier ist eine Falle. Nimm dir deine Münzen, ja? Aua! Alaykum. Oh! Also, ich hab's hoch. Ey, Jungs, ist das euer Ernst? Wo soll ich denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Safe bei den Heuballen irgendwo. Nein, stimmt nicht. Doch, ich sehe das. Soll ich dir was sagen, Bruder? Soll ich mir Tipp geben wenigstens? Nein, 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 nein. Ich muss es alleine rausfinden, weil dann meine Ehre. Oh mein Gott. Welche Ehre habe ich? Ich hab's, Digga. Junge, wie viel kriege ich? Ihhh. Digga, ich hab null gemacht. Okay, Level 2, Dschungel. Let's go. Oh, let's go. Ich kaufe keine Tipps mehr, nö. Rumble in the jungle. Odemann kauft Tipps. Wir müssen nur noch Odemann hinterherlaufen jetzt. Okay. Ich hab was. Hier ist eine Falle, hier ist eine Falle. Wir triggern die Freunde, weil sie da müssen. Laber nicht. Ich war verarscht. Hier ist eine Falle. Ich hab getriggert. Oh mein Gott, das war nur eine Verrasche. Oh mein Gott. Oh, du meinst gestorben. Oh mein Gott, jetzt. Also ich werde nicht sagen, ich hab mir grad einen richtig guten Tipp geholt. Ich hab unnormal in die Fresse bekommen. Echt? Von der Falle, ja. Ich hab nur noch 50 Leben. Guck mal, das Ding ist. Ja, ja. André, du bist fett. Junge, hier sind ja überall Fallen. Hier sind überall Fallen. Und das Ding ist, ich hab's sogar. Ich bin gestorben. Du hast, Laber nicht. Du hast es nicht schon wieder. Ich glaub, ich hab's, Digga. Okay, wir müssen uns jetzt beilen. Wir holen diesmal keinen Tipp. Wir laufen jetzt einfach ohne, mein Daher. Ich hab's. Laber nicht, Junge. Doch, ich hab's. Wie kann er es schon haben, Digga. Ich bin einfach nur cool. Ich hab ihn aber auch noch nicht gesehen, Freunde. Oh, 40 Münzen. Oh, 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 oh. Warte, 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 warte. Das Ding ist, er hat gesagt, ich hab's und hab's dann noch gebraucht, Budak. Save irgendwo hier oben. Hier rüber spreng. Ja, soll ich dir auch meinen Tipp sagen? Hinten mittig im Raum. Oh mein Gott, ich hab's auch. Hey, Blut. Wenigstens zweiter. Budak wusste es direkt. Let's go, Digga. 25 Münzen. Er kriegt 15. Ja, 15. Ja, kann man, kann man machen. Ich hoffe, die Waffen kosten keine 200, weil dann sind wir am Arsch, Freunde. Okay, wir müssen mal Level 3 fallen. Let's go, Digga. Er sagt Level 3 fallen, aber Level 2 war noch auch schon welche. Oder ist das ein Tipp? Ich glaub, das ist ganz, auf Da Vinci-Basis ein Tipp, Bruder. Okay. Warum ist hier eine Falle, Freunde? Es macht keinen Sinn, dass hier eine Falle ist. Ich trigger sie, weil ich muss, wegen Deathrun. Ah! Was? Oh, ich dachte, er hat's gefunden. Ich dachte auch gerade, dass er's gefunden hat, Digga. Das ist auf meiner Winner-Streak hier nicht kaputt machen, Digga. Warum scannen die mich lang? Stimmt, Odoman hat beide ge... Hier ist ein Scanner. Glaubt ihr, dass das nur... Okay, Budak ist auf einem guten Weg. Wir gehen ihn einfach hinterher. Ah! Budak hat Sensor, Digga. Wenn er Gold riecht, dann läuft er hin. Oh mein Gott. Ich glaub, ich weiß... Oh mein Gott. Er glaubt, er weiß es, Budak. Das heißt, wir sind hier richtig, weil er war neben uns. Bruder, 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 Bruder. Lass ihn einfach beobachten. Wir müssen ihn beobachten. Wo ist er? Oh mein Gott, ich seh es, glaub ich. Nein. Ich hab's gefunden. Balch? Alter, Bol. Ist es da, wo ich gesagt hab, Andre? Ja, kommt rein. Budak hat einen Hitkassel von der Falle. Da, wo ich gesagt hab, Bruder, Mann. Komm schnell, bevor Budakommt. Unten, unten? Ja, ja. Also, du weißt doch, wo du nicht eben reinspringen konntest. Hä? Hä? Das ist falsch. Hä? Hä? Ist nicht. Hä? Das ist falsch, Bruder. Hä? Nein, ich bin noch durchgegangen. Hä? Was? War ich nicht gerade über dir, André? Ja, da bin ich reingegangen. Aber bei mir passiert hier nichts. Hm. Das ist natürlich schade. Hä? Aber der lauert Müll. Er will uns verwirren, damit wir... Dinge Zeit verschwinden, Digga. Hä? Nee. Seht ihr mich irgendwo? Seht ihr mich irgendwo? Ich bin noch gar nicht mehr da. Hm. Komisch. Ja, weil du dich früh verabschiedet hast. Okay, schade, man konnte es unten lesen. Aber egal, ich hab ein bisschen Zeit verschafft, Freunde. Ich hab aber nichts rausgefunden, deswegen war alles umsonst. Digga, mit mir spielst du so was nicht, Bruder. Mit Oderman könnte ich das den ganzen Tag... Ja, mit Oderman kannst du den ganzen Tag, Alter. Hä? Wo bist denn du jetzt? Ja, ich hab schon geschafft. Der denkt halt, siehst du, der denkt immer noch, du hast geschafft. Ja, sag ich doch. Ey, ich seh dich halt auch nicht mehr. Ja? Oh mein Gott, da war eine Falle. Okay, ich glaub, Fallen sind falsch, Bruder. 100 Prozent. Ja. Ich glaub, wir müssen einen Tipp kaufen. Jemand freiwillig? Ey, das wollte ich schon mal sein. Obwohl, ihr dürft das... Ja, lass uns... Also, ich kauf mir auch einen. Oder Oderman kauft und sagt uns einen. Auf Andres Teil. Verpiss dich mal, Digga. Ich sag gar nichts. Warum nicht? Bruder, ich hab auch einen gekauft. Nein. Hab ich nicht. Ja? Oh mein Gott. Hab ich es vielleicht? Nee, Digga, aber dieses Rohr sah unglaublich aus. Ja, das war unglaublich. Andres, guck mal, weil Oderman ein richtiger Ehrenloser ist. Ich sag dir, mein Tipp war eher links. Aber eher links. Ja, aber wahrscheinlich sind das dieselben Tipps, oder? Ja, das sind dieselben Tipps. Okay, okay. Eher links. Das kann aber alles. Das ist ja... Man hat ja trotzdem 50 Prozent der Karte noch, die man aufdecken muss. Sorry, Fortnite 50 Prozent der Karte noch aufdecken muss. Ich hab's. Oh mein Gott. Ich komm nicht auf diesen verdammten Bär. Ich bin drauf. Nein, wo bin ich? Nein. Ich hab überlebt. Ich bin in die Falle geflogen. Wo müssen wir da hin? Ah, ich hab's. Ich hab's. Oh mein Gott. Ich bin Erster. Ich bin Erster. Nein, ich bin Zweiter, Digga. Weil keiner wusste, dass man Gleiter aufmachen kann. Junge, hör auf. Ich hab noch zehn Leben. Okay, jetzt kannst du mich kennen. Bruder, wo ist Bruder Ken? Wo ist Bruder Ken? Er hat das doch auch gesehen, oder? Speckfalte-Weakness. Speckfalte-Weakness. Okay, Freunde, wir müssen die Map nochmal neu starten. Wir wissen ja, wer Zweiter und Erster geworden ist. Let's go. Komm rein. Komm rein. Forever Platz drei, Digga. Ah, nee. Du bist einmal Zweiter geworden. War ich Zweiter, ja. Okay. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Schwer. Okay, jetzt können wir uns überlegen, ob wir uns einen Tipp kaufen, Freunde. Okay, da. Ich hab gleich den Dings. Was? Ich hab's. Äh, nee, Digga. Das ist Save-Zeit-Verschwendung. Knüppel den Tod. Okay, das ist Save-Zeit-Verschwendung. Oder? Ich kaufe mir jetzt einen Tipp. Knüppel den Tod. Warte mal, wie viele Münzen habe ich, Freunde? Ich kaufe mir auch ein. 65. Ich kaufe mir einen. Okay. Okay, okay. Okay. Hast du den Zweiten geholt oder den Ersten? Den Ersten. Okay. Du auch? Nee, ich hab Zweiten geholt für Zwanni. Aber nachräumen, die haben mich getrackt, Digga. Man will aber unbedingt sagen, was der Tipp ist. Weil man aufnimmt, Freunde. Man will das so euch auch sagen. Weil manche können das nicht lesen. Nö. Du können das nicht lesen. Hä? Warum können manche das nicht lesen? Weil die mit Handy gucken, das ohne mein kleines. Hast du Analfabeten als Two-Show oder was? Kann sein. Nein. Hä? Warte mal. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab's. Halt einmal. Wurde, dass ich andere einfach gefolgt bin. Bitte. Ich weiß nicht. Nein. Bitte, ich bin Erster. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Ich war da schon. Das ist Fake. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wurde getroffen. Ich wurde getroffen. Warum laberst du mir alles nach? Alles wiederholen? Warum ladest du mir alles auf? Junge, hör mal auf, mich zu schlagen. Ich schlag dich nicht. Oh mein Gott. Wir sind einmal im Kreis gelaufen, Digga. Ey, was ist das hier, Digga? Voll unnötig. Man kommt nicht mehr hoch. Digga, ich weiß, wo es ist, aber ich komme nicht hin die ganze Zeit. Nein. Okay, Death Run. Nein. Bruder, Katz. Irre. Ich knüppel jeden nur tot, mir egal. Verpisst euch. Nein. Ja. Ich bin auch runtergefallen. Nein, wir petten Kinder. Verpisst euch. Wir petten Inder, Kinder, Digga. Okay, wir machen Pause. Oh, man ist nicht da. Du darfst vorgehen, Bruder. Komm. Bruder, ich habe wenigsten Punkte und ich habe meinen Puck übel gerade. Ich habe kein Geld. Ich habe kein gar nichts. Oh mein Gott. Digga, sag nicht, du hast es. Er hat es. Oh mein Gott. André ist drin. Hä? Hä? Ey, warte mal. Ist das ein Verarschef? Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ah, ich sehe es, ich sehe es. Okay, ich bin da. Wohin? Wohin? Schnell, hier, 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 Thanos. Okay, ich bin da. Ich bin da. Hallo? Hallo? Nö, du kommst hier nicht durch. Ey, und auf YouTube, ich will diese Scheiße nicht nochmal machen, Digga. Okay, komm rein, Digga. Du hast ein guter Grund, Bruder. Okay, ohne mal ist Platz 3 geworden. Das heißt, wir sind jetzt im Kaufsystem, Freunde. Wir haben 55 Münzen. Wie sieht es bei euch aus? Süß. 35. 35. 96. Was? Mhm. Ey, kann gar nicht sein, Digga, weil er diese ungerade Zahl nicht haben kann. Der blufft. Ich schwirr, ich habe 96. Ich schwirr auf meine Mutter. Irgendwas hat er falsch gemacht, Digga. Er sagt, drop den Coin, Digga. Drop doch. Drop doch. Piss dich. Der gehört nicht dir, nein. Gib doch jetzt. Gib, sonst kribbeln wir dich ab. Oder man hat von letzter Aufnahme gelernt. Du sagst, das geht gar nicht, wenn man 15 pro Tipp nimmt. Okay, das geht echt nicht. Geht echt nicht. Ich habe es gerade überlegt, äh? Natürlich geht das nicht. Digga, das war eine so dumme Aussage. Oder man hat mich sogar dumm gemacht. Egal, was kauft ihr euch. Ich kaufe mir einfach eine A. Ja, was soll ich machen? Ja, ich kaufe mir einfach eine Sniper-Bundar. Ja, gönn dir. Ich kann mir nicht leisten. Oder habe ich noch 36. Oh mein Gott, hier gibt es ein Glücksspiel. Solltest du das schaffen, bekommst du plus 50 Münzen. Solltest du verlieren, verlierst du dann ein Leben im Fight. Okay, wer will riskieren? Buller geht rein, Digga. Buller geht rein. Nein! Hat sich geschafft. Okay, ich gehe rein. Andrea, gehst rein? Ich gehe rein. Die richtige Box. Okay, das ist einfach nur Glücksspiel, ne? Also man kann... Egal, ich nehme die Dings. Oh mein Gott, ich habe es. Oder man hat geschummelt. Er darf nicht mehr mitmachen. Nee, ich wollte eh richtig, Digga. Du wolltest nicht? Okay, Buller-Echsen, kommen Sie. Was geht los in den Fight, Alter? Oder was? Man konnte sich auch noch Power-Ups kaufen. Ich wollte gerade sagen, Digga, das habe ich gerade gelesen, Digga. Als ob das niemand gemacht hat. 300 Leben. Aber es ist 40 pro Kill, Digga. Das ist für einen Dings... Ich hätte mir das alles kaufen können, Freunde. Ich bin so dumm, Mann. Oh mein Gott. Du hast nur zwei Pistolen und zwei Leben, weil du Glücksspiel verkackt hast. Ja, sag bloß. Okay, dann geht es jetzt direkt los. André, 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 nicht so frech, Digga. Ja? Willst du mocken oder was? André, nicht so frech, Digga. André, nicht so frech, Digga. Wir müssen noch Umschau bei Bodak halten. André, nicht so frech, Digga. Mit dem redest du noch? André, nicht so frech, Digga! Oder graue Pistole. Lass mich doch in Frieden, Digga. Achso, er ist außerhalb der... Oh mein Gott, du hast so einen Shot kassiert. Eigentlich hat Bodak nur noch ein Leben, ne, Odomann. Lava nicht? Ja. Halt dein Maul. Ich hätte es nicht sagen sollen, Odomanns erste Chance, mich in einem Mördbingen... Digga, ich regel das für dich, keine Sorge. Ich bin so ein U-Boot, Digga. Ich bin so ein richtiges Tauchschiff, Digga. Warum funktioniert diese nicht? Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, hat Odomann mich gerade gekehlt. Odomann hat mir den Arsch gerettet, Digga. Maaan. Okay, das heißt... Oh, du macht auch schon zwei Leben verloren. Ich habe auch noch ein Leben, nur noch, Digga. Ich habe noch zwei. Odomann. Odomann hat Shot des Lebens kassiert? Ja, du kriegst jetzt Trickshots. Warum hat der... Warum hat der Dings, Digga? Weil das von meinem Investitionen war, Digga. Ja, battle mich. Ich hier mich die ganze Zeit gegen. Nein. Wie ging das? Ist ja gar nichts dazu, Digga. Ich lösche Fortnite. André, viele Leben hast du noch? Zwei. Okay, wir machen das fair. Du kannst ja eine Sache, eine Waffe von mir nehmen. Ich will nicht zu dir kommen. Ich habe Angst vor einem Headshot. Nein, 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 nein. Bei dir mache ich nicht 31, aber den anderen schon. Ich gebe dir... Komm, du kriegst blaue A, ja. Wir machen Challenge. Dafür habe ich ja zwei Leben. Du darfst dich dafür nicht heilen. Wie viel Leben hast du noch? Mach voll. Ich habe full. Okay, dann machen wir so. Du darfst dich nicht heilen, aber ich habe zwei Leben sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, klingt aber ziemlich unfair, du. Für dich? Ja. Egal. Okay, gut. Egal. Für mich war ein guter Trick. Du weißt, ich habe keine AR, ich habe nur noch Pumpgun. Okay, also geht es los? Geht los, ja. Achso! Ich wusste nicht, wo du bist. Klingt nicht fair, ne? Du hast doch noch einen Sniper, Digga. Du kleiner Liebner. Ich habe so eine M1-Gewehr in Grau, ja. Ja, die macht mehr Scham als meine. Wo bist du? Digga, wir machen gerade Tanz, Digga. Uff! Sag mich, ich verliere das jetzt, Freunde. Nein, habe ich gar nicht. Ich habe ja Lüge. Hat er sich geheilt? Er hielt sich voll. Er ist wieder voll. Er ist voll live. Okay. Nein, das war irgendwie cool. Er heilt sich immer noch. Oh, Digga. Vor allen Dingen, wir machen immer Regeln ab, aber keiner hält sich dran, Freunde. So will ich das sehen. Also, wer hat es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Ey, 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 ey. Ich habe gewohnt. Wenn du jetzt noch verlierst, Digga. Wenn du jetzt noch verlierst, Brug. Bist du außerhalb der Map? Nein, ich muss nachladen. Oh mein Gott, sogar. Hä, wieso bin ich down? Egal. Freunde, wer hat es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Checkt ihr uns in der Beschreibung, geht mal einen Crater-Code an. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss.